Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin der Manuel, Schulsozialarbeiter an eurer Schule und mit diesem kurzen Video möchte ich mich bei euch vorstellen und euch das Angebot der Schulsozialarbeiter erklären. Als Schulsozialarbeiter bin ich Ansprechpartner für alle schulischen und privaten Probleme und persönlichen Anliegen von euch. Ganz egal um was es geht, ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Alle Gespräche und Beratungen sind natürlich kostenlos und auch freiwillig. Ihr allein entscheidet also, ob ihr dieses Angebot in Anspruch nehmen wollt oder nicht. Natürlich kann es sein, dass Lehrende oder andere Personen auf euch zukommen und euch sagen, ihr sollt zur Beratung zum Schulsozialarbeiter gehen. In so einem Fall rate ich euch, versucht es doch einfach mal. Außerdem unterliege ich der Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, ich darf nichts von dem, was ihr mir erzählt, weiter erzählen. Dabei gibt es jedoch zwei Ausnahmen, die Fremd- und die Selbstgefährdung. Alles weitere zum Thema Verschwiegenheitspflicht werde ich euch jedoch in unserem Erstgespräch im Detail erklären. Da ich noch für fünf weitere Schulstandorte zuständig bin, kann ich nur teilweise bei euch vor Ort sein. Die Zeiten, an denen ich bei euch vor Ort bin, findet ihr in Kürze in den Aushängen an eurer Schule. Wenn ich nicht an eurer Schule bin, könnt ihr mich telefonisch oder per E-Mail oder auch per Signal erreichen. Und habt keine Scheuer, mich anzurufen oder mir zu schreiben. Nachrichten müssen dabei grammatikalisch nicht richtig sein. Schreibt also einfach drauf los. Und falls ihr mich irgendwo seht, an der Schule oder sonst irgendwo, sprecht mich einfach mit Manuel an. Ach ja, und noch was. Da ich natürlich auch ein Privatleben habe, kann ich nicht 24 Stunden erreichbar sein. Ich werde eure Nachrichten oder E-Mails aber natürlich so schnell wie möglich bearbeiten. Das war's schon von mir. Sprecht mir also einfach an, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne wie mehr besprechen möchtet. Macht's gut und hoffentlich bis bald.